Hallo, hier bei Küken und mit recht herzlich willkommen auf meinem Rohstegenkanal für einen weiteren kleinen Geschmackstest. Vor allem noch ganz herzlichen Dank an deinen lieben P. für seine Hilfe und Unterstützung. Vielen, 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 vielen herzlichen Dank, mein Freund. Und wenn ihr alles hier gar nicht machbar und zu realisieren wäre, vielen lieben Dank dafür. Aber jetzt mal zum Test. Ihr habt das schon im Sammlung gesehen. Wir testen mal wieder die Lorenz Chips und zwar die Crunch Chips Roasted. Von denen hatte ich noch nie welche gehabt, noch nie. Und zwar jetzt in dem Sorte Bear Ribs Geschmack. Bear Ribs. Ich denke mal, jeder hat schon das Bear Ribs gegessen, außer mir. Aber ich kann mir denken, wie sie schmecken sollen. Barbecue, süßlich, rauchig. Wir testen mal. Und da ja Lorenz E. meine, eigentlich meine Lieblingssorte ist, also Marke. Und die Crunch Chips waren bis jetzt eigentlich immer lecker. Und jetzt halt mal die Roasted Variante. Mein Headset steht da, oder? Blöd im Weg rum. Hat droht 100 Kalorien, äh 100 Gramm. 550 Kalorien. Mehr wie ein Chip. Die Chips haben normalerweise ja immer so um die 530, kann man sagen. So im Schnitt. Und da liegen die mit 550 ja schon ein bisschen drüber, ne. Kommt einem gleich so ein würziger Geschmack entgegen. So sehen sie aus, wie so ein Wellblech, ne. Mh. Sehr würzig. Und da ist irgendein Geschmack, irgendein Aroma, wo ich nicht ganz zuordnen kann. Es hat sowas, sowas leicht Essigartiges. Ich bin gerade noch am überlegen. Was ich da raus schmecke, eigentlich. Zusammengebeut. Ne leichte Süße. Schmeckt nach irgendwas, aber was es sein kann. Aber sonst eigentlich. Es ist halt ein Würzpulver drauf, wo jetzt einen undefinierbaren Geschmack für mich hat. So ein ganz leichtes Barbecue-Soßenaroma. Wie schmeckt denn? Ich weiß noch. Wer ist denn? Da hatte ich mir jetzt echt was anderes drunter vorgestellt. Muss ich ehrlich sagen. Da bin ich jetzt schon ein bisschen enttäuscht. Ist jetzt nicht so der Brüller, gell? Ich rätsel, ich rätsel, Leute. Dass irgendein Gewürz wohl nicht so der Ferner ist. Und ich habe immer das Gefühl, dass irgendwas so leicht Essiges so säurer betont. Oder ich habe schon Geschmacksverirrung, kann auch sein. Habt ihr die schon mal probiert? Fragt mal euer Erfahrungsbericht in die Kuhtore. Also das passiert mir eigentlich selten, dass ich überhaupt nicht so irgendwie zuordnen kann. Bier und was auch anders. Komisch. Eine leichte Süße. So eine leichte, herbe, wahrscheinlich von dem Rauchpaprika werden sie verwenden oder so. gehen wir davon aus. Und irgendein Geschmack, der dann im Gaumen liegt, der aber nicht so, nicht ganz so angenehm ist. Irgendwie finde ich jetzt für mein Empfinden. Eher unpassend. Ähm, ja. Da haben die jetzt eigentlich unten ausgemacht, ich glaube. Muss ich auf den Kopf heben. Simpel. So, Freunde. Kommen wir zur Punktevergabe. Für diese Crunchyp Roasted, jetzt leider mal auf den Kopf, ne. Crunchyp Roasted Spare Ribs Geschmack. Für 10 möglichen rostigen Geschmackspunkten. Dann gebe ich den hier. Weil, es ist schon unharmonischer Geschmack, sag ich mal. Die einzelnen Komponenten, die sie da verwendet haben, passen im Gesamtkonzept nicht zusammen. Darum gebe ich denen maximal einen Gnadenpunkt, einen Gnadenpunkt, ne. Also mehr ist nicht drin. Tut mir leid. Also absolut nicht mein Fall. Wie gesagt, wenn ihr die mal probiert habt, schreibt mal eure Erfahrung da rein. Also mein Geschmack trifft es voll und ganz nicht. Absolut nicht. Ne. Nichts für mich. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf meinem Rosti-Kanal. Ansonsten gönne ich was Feines. Haut's rein und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ich würde sagen, schön mit Öl und Fähigkeiten. Sorry. Euer Rosti. Bye-bye.